Heyho und Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Hydro. Staffel 5. Hydro. Nee, ich hab immer noch keinen Plan, wie das Ganze hier abläuft, deswegen... Ich weiß nicht mehr, wie ich dir helfen kann. Vor allem, du darfst dich nicht mehr selber verteidigen. Darfst du mir überhaupt helfen, wie ich dir helfe? Weil, wenn nicht, bist du ziemlich gearscht. Äh, kann ich auswählen? Nein. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er das wirklich am Ende ist. Aber nein, ich denke nicht. Ich bin sicher, dass alle mich als der größte Suspekt an diesem Punkt sieht. Aber, wenn du mich fragst, sind die ganze Sache Mysterien auf Mysterien. So, dass alles, was left ist, ist Konfusion. Also, ich verstehe nicht, wie man auf die Schlussfolgerung kommt, dass Lini jetzt der Ewenilige sein soll, der da diese Mädchen verschwinden lässt. Nur weil ein Mädchen in seiner Show verschwunden ist. Das, hä? Vielleicht wollte es jemand absichtlich machen, damit man denkt, dass er es war? Vielleicht war es ja Neuvelette. Okay, die war eigentlich, aber... Nee, das ist viel zu auffällig. Würde doch kein Mensch machen. Ja, das ist ja merkwürdig. Aber genau das ist passiert. Woher kommt die Brille? Ja. Paimon sieht toll aus damit. Your own savings? I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette! Du weißt schon, dass ich gar keine Ahnung habe, wie das Ganze in Fontaine abläuft. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass du Glück damit hast, dass wir das machen, weil wir müssen erstmal überhaupt checken, wie das hier abläuft. Ja, danke dir so viel. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde euch nicht enttäuschen, ich bin an so etwas gewöhnt. Ja, stimmt tatsächlich. Ja, einfach lass es uns. Oh, äh, seit wir beginnen zu investigieren, hat Paimon eine Frage zuerst. Woher ging Lynette nach der Performance? Ja, ich bin an der Frage. Oh, ich bin an der Frage. Ja, ich bin an der Frage. Ich bin an der Frage, dass das ein paar unserer essentiellen Schreiber als Magisterin verraten wird. Ich dachte mir schon, dass so etwas kommen wird, weil die dürften ihre Geheimnisse nicht verraten und das ist ja, darum geht es ja. Zauberer König ihre Geheimnisse nicht verraten. Ja, das tut mir echt leid. Ja. Was mit Detective Traveller? Sherlock. Wir sind die Repräsentanten von Linnie und Lynette. Ah, I see. You must be the Traveller that Lady Farina mentioned. No. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess, if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linnie's assistants, named Cowl. Even though he hadn't joined the troop long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw, when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. Warum war Cowl in den Schrank? Sollte das Mädchen nicht in dem Schrank sein? This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors, which are so perfectly aligned, make it hard to see, this is a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned. And Linnie is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive! Are you both good friends of his? Uh, well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convinced you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases. And I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Yeah. Oh. Über die Fallakte lassen sich der aktuelle Stand der Beweis- und Hinweissammlung überprüfen und Informationen über den Fall zusammenstellen. Oh, wie cool! Wir sind jetzt wirklich Detektive! In der Fallakte kannst du noch nicht aufgedeckte Beweise und Hinweise prüfen und ihnen dann in den entsprechenden Gebieten nachgehen. Mit der Fertigkeit Spürsinn kannst du innerhalb eines bestimmten Bereichs um dich herum Beweise und Hinweise entdecken, die du untersuchen kannst und den Gesamtfortschritt voranzutreiben. Let's do that! Lass mich loslegen! Ermittlungsbericht der Gendarmerie Gendarmerie Egal. Den Ermittlungen der Gendarmerie zur Folge entzündete die vor Ende des Zaubershows gezündete Feuerwerkskörper das Seil, an dem der Wassertank befestigt war, wodurch dieser herunterfiel und Cowles Tut verursachte. Lenny schien die Requisiten am ehesten als Mordwaffe einsetzen zu können, aber warum war Cowell der Verstorbene? Und warum ist das aus dem Publikum ausgewählte Mädchen verschwunden? Diese Fragen bleiben ungeklärt. Oh Mann, ich kann doch lesen, Mann. Egal. Information über die Identität des Verstorbenen Der verstorbene Cowell war einer der Assistenten in Linnys Zaubertruppe. Zu Lebzeiten genoss er das Vertrauen der anderen Truppenmitglieder. Seine Arbeit bestand darin, die Requisiten aufzustellen und zu kontrollieren und auf der Bühne dafür zu sorgen, dass Atmosphäre und Aufführung zusammenpassen. Also eine Arbeit war darin, Requisiten aufzustellen und zu kontrollieren. Das heißt, er hätte das alles so aufstellen können, dass es so aussieht, als wäre er gestorben. Aber wie gesagt, wir haben The Body in dich gesehen, deswegen können wir nicht wirklich viel dazu sagen, aber sehr auffällig. Detektiv im Einsatz Detektiv Detektiv Traveller Die weiße Linie untersucht. Was denn? Ja, ich weiß Geht's weg Ja Ja Was? Sorry, aber dieses... Ich kann ihn ja... Okay, dann lass mich mal hier untersuchen. Die weiße Linie untersuchen. Wenn Carol damals nicht vor dem Schrank gewesen wäre, wäre er möglicherweise dem Unfall entgangen. Warum stand er denn daneben? Fragt sich das jemand? Spürsinn aktivieren! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Beschädigten Zauberschrank untersuchen Der beschädigte Zaubertank Der Wassertank wurde zurückgelassen, nachdem die Gendarmerie den Tatort untersucht hatte. Wenn ich ihn mir jetzt ansehe, muss der Wassertank ihn sehr schwer getroffen haben. Ja Ja, das stimmt schon Und... Spürsinn Das Seil Ja Hat die Linie das Sicherheitsproblem, das es darstellt, nicht erkannt? Oder... Ich schaue mir die Stelle an, wo das Seil ger... ger... geriss... 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 Ha, 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 ha... Es ist brennbar, sieht aus wie Zunder... Es war... kein Unfall... Ja, mach mal... Ein Seil, an dem der Wassertank hing Es riss plötzlich... Als die... äh... Als auf der Bühne das Feuerwerk gezündet wurde. Die Untersuchung ergab, dass sich für den Riss des Seils ein brennbares Material verwendet worden sein musste. Spürsinn aktivieren! Fragen wir Maurice. Maurice! Maurice, ha! Hallo da! Was beschäftigen Sie? Hm? Oh... Oh... Diese Location wurde auch gebrochen, weil die Magic Troop-Members... sind aktuell als Primes-Suspekte. Die Untersuchungs-Team hat immer noch Erinnerungen. Die Säte wurden alle in Erinnerung gebrochen. Wir konnten also die Missing-Womens-Identität über die Gäste-Liste verraten. Kannst du uns das verraten? Wir sind die Repräsentanten von Linnea und Lynette. Dankeschön. Was? Halsey? Ist das nicht eine Sängerin? Ah, okay. The Magic Troop-Members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Stimmt. Hm. Were the victims of previous cases also chosen at random? Yeah. That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay, then. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. I don't need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. Aber natürlich. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Information über die Identität des vermissten Mädchens. Das vermisste Mädchen heißt Halsey und ist relativ bekannte Malerin. Sie kam zur Zaubershow, um Stress abzubauen. Sie hat keine Streitigkeiten oder Interessenkonflikte mit irgendeinem Mitglied von Denays Zaubertruppe. Also macht es gar keinen Sinn. Spürsinn. Aktivieren! Quentin und wo? The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. Aha! See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Nah. Sorry to interrupt, but we're helping Linnie and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? You're trying to help them? Heh. That'll be a tall order. Guck mal, hier steht unmöglich, aber er hat nicht unmöglich gesagt. Er hat nur gesagt, dass es schwierig wird. Linnie used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. Und was habt ihr herausgefunden? It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picked that same number every time. Ah. Das heißt, jemand muss im Voraus gewusst haben, wer da sitzen wird. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat. Genau deswegen. Regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linnie knew who would be sitting where from the very beginning. Nicht nur Linnie Cowell wusste das auch. Hm. That much checks out. Linnie reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linnie. Danke, wir stören nicht weiter. Hm. Even though it's bad for Linnies case, Paimon had better write it down. No man, Vela. Diese Maschine wird dazu verwendet, in Linnies Zaubershow glückliche Zuschauer zu ziehen. Erst nach eingehender Prüfung der Gendarmerie wurde festgestellt, dass sie immer die gleiche Zahl anzeigt. Nein. Es ist ganz offensichtlich, sie wurde manipuliert. Aber von wem? Weiter geht's! Spürsinn! Ja okay, das war ja offensichtlich, aber... Zeig mir! Zauberschrank untersuchen. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Zauberschrank, aber Linnie hat es geschafft, sich während der Show im Nu von der Bühne in das Innere zu bewegen. Wie kann er das gemacht haben? Wie hat er das gemacht? Wie, Linnie? Wie? Spürsinn aktivieren. Hey, du da! Äh, Esildor. Esildor. Ich sehe, dass du das Bereich beschäftigst. Ja? Wenn du irgendwelche neuen und interessantes Lieds findest, dann schreib sie mit mir, okay? Wieso? Wir haben noch nicht zu viele Gedanken. Hehe. Dann, warum erzähle ich dir meine Hypothesis erst. Wie ich sie sehe. Dann beginne ich mit diesem klaren Zauberschrank. Hm? Der Zauberschrank? Oh! Du meinst das Geräusch, das während der Countdown passiert? Ich hab sogar vorgelesen. Ja, genau. Es war nicht sehr laut. Aber ich wüsste, dass die meisten Leute es hörten. Es ist nur, dass alle die Ergebnisse von Linnies Tricks mit schmerzendem Blut ausgewertet, so niemand hat es viel gehalten. Aber jetzt, dass das Einzige passiert, das geschieht, hat sich eine wichtige Begründung geworden. Das macht Sinn. So, was du davon ausfälligst? Ich glaube, dass es vielleicht so sein, von Linnies' Angelegenheit, Lynette vielleicht, auf dem Wasser-Tank oder so etwas. Und wenn die Piraten-Technik ausging, hat sie die Rippe und der Wasser-Tank runtergelegt. Aber... war das Geräusch nicht zu laut für das? Vielleicht war das Balance nicht richtig, das führt zu einem speziell schweren Land. Das ist wahr. Ich glaube, ich muss es wieder nachdenken. Hm... Das erinnert Paimon an. Was war mit dem Geräusch? Was gibt's alles? Nur die? Okay. Dann reden wir... Warte, ich muss die Frage beenden. Das ist 22 Minuten. Ich rede noch mit dir. Okay, das heißt, ich muss weitergehen. Ja, aber wo führt es mich denn hin? Du musst durch die Türen durch. Okay, warte, dann war es das erstmal mit dieser Folge von Genshin Impact. Ich hoffe dir viel Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal erkunden wir noch das letzte Gebiet da hinten. Bis dahin. Toodaloo!